So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, immer noch im Umzug, noch nicht fertig. In der alten Wohnung sind noch Sachen drin, in der neuen Wohnung jetzt, naja, es sieht aus, alles steht rum. Ihr seht mein Regal hinter mir, ist auch noch nicht eingerichtet. Da oben steht ein Relaxo, das ist schon mal da. Hier steht eine Dose Carfix Land Kaffee, aber ich trinke ja gar keinen Kaffee. Da sind Pokémon-Karten drin, also sieht man jetzt nicht so, aber da sind irgendwie Pokémon-Karten drin. Die sind auch relativ alt, glaube ich. Die habe ich damals mal zur Schulzeit von jemandem bekommen. Habe ich letztens wieder gefunden, fliegen da rum. Und am Wochenende war auch Thomas da, also von Freitag bis Sonntag hat mitgeholfen, hier was zu machen. Wir haben Wrestling geguckt, wir haben Bierchen getrunken, wir haben gegessen, gespeist, wir haben Schränke getragen und transportiert. Es wird einen Umzugsvlog geben, aber am Wochenende war auch was anderes, nämlich das Go-Fest in Sendai. Und irgendwie global gab es ein Event dazu, wo ich immer noch kein Infovideo gemacht habe, weil es keinen offiziellen Blogpost gab. Aber es gab eine Ticketforschung, weil global auch ein Event gestartet ist, weil Emolga ja jetzt als Shiny eingeführt wird. Und es gab eine Ticketforschung. Der Alex hat mir das Ticket für das Emolga-Event geschenkt. Und wieder mal aus Zeitgründen nebenbei muss ich euch jetzt einfach nur kurz mal mit euch zusammen die Belohnungen abholen für diese Aufgaben. Ich habe mir extra einen Screenshot gemacht. Das Ding hieß, zum Sieg gleiten. Brüte ein Ei aus, erkunde 5 Kilometer, drehe 10 Pokestops, fange 20 Pokémon, brüte 3 Eier aus. Das waren alle Aufgaben, die es in dieser 2,49 Euro Forschung gab. Ob sich das jetzt lohnt oder nicht, das sehen wir gleich. Wir gehen nämlich mal direkt ins Spiel rein. Da habe ich immer noch meinen Tauboss, gerade benannt nach Alex dem Großen, ja, Alexander der Große, also 27 Alex, 19,92, weil der mir das Ticket für diese Emolga-Forschung gegeben hat. Achso, Pokestop-Showcases gab es Samstag auf Sonntag, die konnte man abholen. Und hier ist jetzt hier zweimal Platz 1, einmal Platz 2 drin. Das können wir auch noch machen. 4.200 Staub, eine goldene Himbeere, 9 Hyperbälle, ein Log-Modul, nochmal zwei Log-Module, ein Sternstück, 25.000 EP. Bei Spezial ist alles durch. Das ist egal, das hat noch Zeit. Und hier jetzt also die Emolga-Forschung. Wir kriegen erstmal eine Brutmaschine, die werde ich mit zum globalen Go-Fest in Naggera nehmen. Und jetzt hätte ich hier fünf Begegnungen mit Emolga. Ob wir ein Shiny kriegen, wir drücken mal drauf aufs Erste. Und nichts. Okay. Komischerweise eben habe ich so gedacht, oh, Shiny, ey, ist gar keine Shiny. Ich habe schon so lange keine Emolga mehr gesehen, wo ich gestern das welche in Pokestop-Showcases gesetzt habe. Aber es ist früher Morgen. Das ist alles brutal. Heute auch der letzte Tag für Jonas. Ab morgen ist es dann Kindergarteneingewöhnung. Da hat man auch wieder noch mehr Zeit, die Wohnung ein bisschen einzurichten. 6, 6, 9. Zwei Sterne. Okay. Es ist sowieso, es ist halt wie immer, es ist halt alles, alles auf einmal. Du hast Umzug, du hast Kindergarteneingewöhnung, Auto ist in Werkstatt noch eine Woche lang, du hast Gerichtsverfahren mit Zahnarzt, du hast, was weiß ich, hast du noch was? Du hast es vergessen wahrscheinlich schon wieder. Holen wir mal das zweite Emolga ab. 679. Das dürfte jetzt besser sein als das Erste. Das Erste war, glaube ich, 669. Das 79 sind 10 WP mehr. Ja, macht das so einen großen Unterschied bei diesem Pokémon. Wir machen das gemütlich. Wir machen das ganz normal. Hier, da steht klasse, steht da. Oh, das ist schön. Drei Sterne immerhin. Aber, ja, ist immer noch schlecht genug. Nehmen wir das dritte mit. 686. Also es steigert sich von 79 auf 86. Das müsst ihr jetzt auch mindestens drei Sterne haben. Guckt euch schon mal die Gebäude an im Hintergrund. Das ist die neue Gegend. Und da ist man jetzt hingezogen in den Wald. Mit Gebäude dran. Jetzt haben wir schon mal 15 Angriff erreicht. Drei Sterne. 15 Angriff. Zwei haben wir noch übrig. 676. Ja gut, der ist wieder schlechter. Der ist wieder schlechter. Adi liegt hier. Wenn der Adi hier so liegen bleibt, dann könnte ich euch auch den Adi mal zeigen. Ja. 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 Wir werden trotzdem gucken. Zwei Sterne wieder. Und das letzte. Und das letzte. Das letzte muss auch noch sein. Die Nummer 20. E-Molga Bonbons. Eine super Brutmaschine. Wird mit nach Gera genommen. Und wir begegnen. Keinem Shiny. 673. Das ist für mich schon das ganze globale Sendai-Event gewesen, was es gab. Einfach fix diese Forschung gemacht nebenbei. Dann wieder weiter konzentriert auf alles andere. Silvio will am Donnerstag kommen. Noch mit der Küche einbauen und alles. Das steht alles in der Ecke rum. Es ist gerade so eine Umgewöhnung wieder mal. Ein Jahr hat es gehalten. Jetzt stehst du wieder hier. Jetzt machst du wieder da. Also es ist wie immer. Es ist richtig brutal. Guckt euch Adi an zum Abschluss. Da liegt Adi. Adi Schatz. Alles Gute. Es gibt sogar einen neuen Teppich. Der andere war rot. Der ist eher lila. Guckt euch das an. Hier steht was. Dann ist... Wir haben kein Sofa. Ja. Das Sanyang-Regal ist noch leer. Hinter mir ist auch eigentlich weitestgehend leer. Also es ist... Es ist... Es ist momentan. Es ist wie es ist. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Nichtsdestotrotz habe ich für heute Abend den Chill mit Ramses-Stream angekündigt. Ich kann eh nur tagsüber was machen. Abends ist dann eh nix los. Es ist in der Emolga. Yeah. 1213. Das nehmen wir noch mit. Deswegen werden wir trotzdem letztes Mal... Der letzte Stream aus der Wohnung. Und jetzt der erste Stream aus der Wohnung. Das ist richtig genial. Das machen wir heute. Das Muttertier ist ja auch noch da. Und... Sehen wir uns vielleicht heute Abend. Bisschen mal YouTube gucken. Bis dahin. Peace out forhaut. Euer Ramses. Ciao. Habt ihr einen Shiny Emolga bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr einenuellement noch nicht. Hoer segunda. Was ist das Video? Habt ihr alle? Und da habt ihr noch nie vorhin noch. Und da habt ihr noch nicht es noch.